Herzlich Willkommen Freunde, wir kommen nun zur Auswertung der Umfrage. Ja, ihr werdet in der Umfrage, ich werde jetzt die Auswertung, die ich gemacht habe, ins Zeitraffer durchlaufen lassen, so dass ihr nach und nach verfolgen könnt, wer den Sieg erringen wird. Es wird zwei Zeilen geben, oben sind die Zeilen, wo direkt gesagt wurde, das Spiel möchte ich haben, und dann gab es auch welche, die haben so gesagt, das oder das, und da habe ich dann eine zweite Zeile eingefügt, wo dann immer zwei, die die so zwei Stimmen gepostet haben, dann als halbe Stimme jeweils abgegeben haben. Habe ich mal so aufgeteilt und dann würde ich sagen, ich lasse den Zeitraffer mal durchlaufen und ja, mal sehen, wer das Rennen macht. Vielen Dank. Damit geht der Sieg an Tekken Tech Tournament ganz unerwartet von mir aus, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass Tekken jetzt nur die Oberhand gewinnt, aber wenn ihr Tekken sehen wollt, sollt ihr Tekken kriegen. Hiei, eine Sache möchte ich nur sagen, ich habe sehr wenig Erfahrung, was diese Art von Beat'em Ups angeht. Also wirklich die einzigste Erfahrung von Beat'em Ups an sich ist Smash Bros. bei mir und da bin ich jetzt mal gespannt, wie ich mich bei Tekken schlagen werde. Also, man sieht sich im folgenden kommenden Projekt Tekken Tech Tournament.